Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde SCF, genau, nein, ähm, äh, Mittelerde Morderschatten, genau, so und nicht anders. Wobei das Spiel schon sehr nah an Assassin's Creed dran ist. Die Heldir sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie und nehmen sie ein. Halte E gedrückt, um den Heldir zu reinigen. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verdärknis ausbreitet. Untersucht die umliegende Gegend in die Hügelgräbe zu finden. Ah, das hat auch was von Assassin's Creed, nämlich von Senu. Der Kreis schließt sich, je näher man dem zu markieren im Punkt kommt. Und... Und... Diese Stadt steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber, geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Okay. Reinige alle Heldir Türme im Gebiet. Ähm... Da ist noch einer. Und der letzte ist da hinten. Da mache ich zuerst alle Heldir Türme, richtig? Und... Zack. Und dann geht es weiter. Wobei ich glaube, dass ich mich dann erstmal um Collectibles kümmere. Ah. Hui. Atmet ihrem Kopf. Scheiße. Scheiße. Eine unglaubliche Kraft in den Armen. Die Stärke und Anmut in den Beinen. Und ich bin stolz darauf, so etwas zu entdecken. Ich bin eine Art Sammler. Zack. Hork. Hork. Der Sammler. Getötet. Rohhirim durch. Gut. Ich habe schon wieder einiges, was ich ausrüsten kann. Was hatte ich hier neu? Eine Kutte? Nee. Ein Schwert? Nee. Hä? Irgendwas hatte ich neu. Rohhirim durch. Hm. Scheiße. Irgendwas hatte ich doch jetzt neu im Inventar. Wer bist du denn? Heute ist dein Glückstag. Ich habe dich vor den Nazgul gefunden. Und ich bin gnädiger. Ich brauche nur deinen Körper zum Spielen. Nicht deine Seele. Ja. Ja. Es geht wieder. Ja. Das war's. Na. Ja. 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 Ich bin mit einem anderen, der sich über den Anmut eingrepen. Zack, und noch ein. Zack. Ich würde gern bleiben, aber ich muss verschwinden und Menschen töten. Flieht in letzter Sekunde. Wow. Hat er nicht gemacht. Oh, schade. Hast du gesehen getötet. Wollte mir gerade eigentlich nochmal Lebenskraft zocken. Okay, wo ist... Da. Hinrichtung. Mhm. Armut der Schreiheit soll hinbekommen. Oh, alt die Schnauze. Haha. Plappere so viel du willst. Währenddessen reiß ich Köpfe ab. Hey, Trottel! Noch ein streunender Org. Ich sollte vielleicht eine Strichliste führen, ehe ich mich verzähle. Hinrichtungstötung. Schade, dass sowas nicht als Hinrichtung zählt. Ich diene den dunklen Mächten und du weißt es zwar noch nicht, aber auf deine Weise tust du es auch. Ja genau. Verflucht. Oh nö. Oh. 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 Hingerichtet. Oh das zählt auch als Hinrichtung. Auftrag abgeschlossen. Aufnehmen. Oh. Oh. Sprungblockade. Ruhig. Oh. Sprungblockade. verbrannt sag es glänzt seltene ausrüstung selten und epische waffen okay du bist okay nur mehr nur schwert im bonus aufgabe und effekt wird ein hauptmann der eine flammende waffe führt okay wirst du die herausforderung meistern ok und eine rüstung des waldläufer es gibt es noch aufs auge so und dann kann ich ja das roh hier im schwert hier zerlegen wie war das noch mal kann ich nicht nett jetzt muss ich halt nur jemanden finden der eine flammende waffe führt hier ist ein roter stein ein juwel so und die kann ich ja jetzt auch entsetzen ne oder juwel platzieren genau was kann das hier gesundheitsrob ok für irgendwas brauchte ich diese für einige sind verbesserungen verfügt ach stimmt ich habe ja noch ein skill punkt halt jedes mal macht wenn du im kampf schaden erleidest ja macht ja nichts ne ähm gar nicht so und hier kann ich immer noch nichts machen oder ok dafür brauche ich geld ich habe doch heute irgendwas gesehen wofür ich noch geld brauche ja fürs aufwerten meiner waffen aufträge auch nicht armee für irgendwas brauchte ich geld aber gesundheitsraub ist denke ich sowieso ein bisschen besser was für eine hässliche stadt an den turmen hängen zeit genau und dann ist hier gelaufen dich hier nämlich kugel der schänder da bin ich da will ich auch nicht hin da oben will ich nämlich hin hier komme ich und kille dich komm dann ruhig auch noch den der flack von den brennenden flügeln macht das angst und hingerichtet zack du hörst stimmen wenn sie stimmen sind eigentlich gerade alle verstummt die halten Reinigung kraft exks die hat wm da aber damit haben wir zwei von drei geränigt und das ist jetzt schnell reise punkte ja sehr cool na dann wie in assassin's creed 1 erstmal alle schnellreise na gut nähe alle aussichtspunkte sammeln 1 gab es ja noch keine schnellreise so zack hingerichtet so zack und du schiffst auch da drüben ist geld habe ich das vorhin liegen lassen oder liegt das hier einfach weil es irgendjemand gedroppt hat ach komm der hat eine flammenwaffe oh wie poetisch zieht sich zurück geht das nicht so glimpflich aus zieht sich zurück am arsch hingerichtet so numenor schwert auch noch enthüllt so was muss ich hier setzte eine schleich auf zehrung gegen ein feind ein sehr cool und hier nach der hinrichtung das hauptmanns sehr cool errungenschaft kriegsbereit ist glaube ich das erste achievement was ich gerade in diesem spiel hole schön eigentlich wollte ich ja nur hier hin weil hier der rote stein liegt kriegerjuwel hier die 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 Und dort. Komm schon, au. Komm schon. So, zack, ui, Kopf mal wieder abgeschlagen. So, und tot. Ah, shit. Meine Kette wurde gebrochen. Meine schöne 50er Kette. Zack. Au. So. Meine Güte. Man kann es auch kompliziert machen, oder? So, und ich sehe gerade, ich bin schon wieder am Ende der Folge angekommen. Deswegen bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Und ciao, ciao. 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 Ciao.